Es gibt zu wenig Arbeiter, eine Begebenheit, bei der Jesus seinen Freunden etwas beibringt. Jesus erzählte oft vielen Menschen von Gott. Er heilte auch alle, die zu ihm kamen, von schlimmen Krankheiten und befreite sie von bösen Geistern. Einmal als er das tat und die vielen Menschen sah, sagte er ergriffen zu seinen Jüngern. Schaut euch die vielen Menschen an. Sie sind wie Schafe ohne einen Hirten, hilflos und ziellos. Die Ernte ist so groß und es sind so wenig Arbeiter da, die helfen sie einzusammeln. Lasst uns gemeinsam Gott bitten, dass er mehr Arbeiter schickt, die sich zusammen mit uns um diese Menschen kümmern.